Du möchtest während der Schulzeit Betriebe und Berufsfelder kennenlernen? Du interessierst dich für den Pflegebereich und möchtest nach drei Jahren einen Abschluss in der Tasche haben? Die Fachschule für wirtschaftliche Berufe Dienstleistungsmanagement bietet dir eine Kombination aus allgemein bildenden Fächern und wirtschaftlicher Ausbildung. Zusätzlich kannst du zwischen den Bereichen Gastronomie und Hotellerie oder Medien- und Dienstleistungsmanagement wählen. Im Bereich Gastronomie und Hotellerie erwirbst du Kompetenzen im Küchen- und Restaurantmanagement. Du bereitest Speisen professionell zu und trainierst den Umgang mit Gästen und Geschäftspartnern. Mit der Abschlussprüfung erwirbst du die Lehrabschlüsse Bürokaufmann und Restaurantfachmann. Im Bereich Medien- und Dienstleistungsmanagement kennst du das professionelle Erstellen von Fotos, Videos und Werbematerialien. Du beschäftigst dich mit Organisation und Projektmanagement und vertiefst deine Wirtschaftskenntnisse. Mit der Abschlussprüfung erwirbst du den Lehrabschluss Bürokaufmann. In der zweiten Klasse verbringst du einen Tag pro Woche in einem Unternehmen oder in einer sozialen Einrichtung. Dabei kannst du deine Talente entdecken und erste Berufspraxis sammeln. Der Abschluss der Fachschule bietet dir eine gute Grundlage für einen direkten Berufseinstieg. Den Besuch der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, die Absolvierung der Berufsreifeprüfung oder eines Aufbau Lehrgangs mit Matura.